Ein zentrales Akzeptanzkriterium für Software ist natürlich die individuelle Bedienbarkeit. LexOffice wird aus diesem Grund gemäß der Vorkenntnisse und Anforderungen von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie den Wünschen und Anforderungen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern entwickelt, um genau diese Zusammenarbeit zu erleichtern. Dazu arbeiten wir eng mit unseren Kundinnen und Kunden, aber auch mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern zusammen und wir haben Peergroups, die uns bei der Entwicklung der Software und bei ihrer Optimierung unterstützen. Auf diese Weise kombinieren wir Erfahrungen und Kompetenzen beider Gruppen wie kein anderer Anbieter auf dem Markt. Dabei bleiben wir trotzdem so dynamisch und innovativ wie ein Startup-Unternehmen. Das hat dazu geführt, dass wir mehrfach ausgezeichnet wurden von Fachmagazinen wie Focus Money, Chip, PC Go oder PC Magazin. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.